Lieber Mick, du bist im Silicon Valley beruflich tätig, besuchst aber immer wieder Österreich, wir treffen uns da öfter. Bei unserem letzten Treffen hast du mir erzählt, dass jetzt gerade so eine Phase wirklich mitten im Laufen ist, wo es zu einer Beschleunigung gekommen ist, was künstliche Intelligenz betrifft. Was muss man sich vorstellen, Sander? Ja, künstliche Intelligenz gibt es seit den 50er Jahren, nur jetzt durch Moore's Law, also die Beschleunigung der Prozessorleistung, aber auch durch Software, durch neue. hat sich das extrem beschleunigt. Sie wird sehr mächtig und das mit immer schnellerer Geschwindigkeit. Man misst es daran, indem man sie zum Beispiel in Spielen gegen Menschen antreten lässt. Also 2011 hat Watson, das ist das System von IBM, zum ersten Mal die amtierenden Jeopardy-Spieler geschlagen. Jeopardy ist ein assoziatives Spiel, also man sagt, der Agent kommt in das Zimmer und sieht die Frau mit Gold überdeckt. Die Antwort wäre, wer war James Bond? Und man hat immer gesagt, das ist so die letzte menschliche Bastion, die nie eine Maschine schlagen wird können und es ist 2011 geschehen. Das strategisch komplexeste Spiel der Welt mit Milliarden von Zügen ist Go. Das wurde vor kurzem von Google geschlagen und im Schachbereich gibt es überhaupt keine Menschen mehr in der Oberliga. Da hat jetzt gerade ein Deep-Mind-Algorithmus, den sie Alpha Zero nennen, gegen einen anderen Algorithmus, Dogfish, gewonnen. Und der Wahnsinn ist, dieses Alpha Zero hat nur vier Stunden gebraucht, um Schach von Null wegzulernen. Also damit wir das richtig verstehen, da spielen schon Maschinen gegen Maschinen, weil die Menschen überhaupt nicht mehr mit könnten. Exakt. Da gibt es dann immer einen Punkt, von dem die Welt spricht, wo man sagt, irgendwann wird das so beschleunigt sein, dass der Computer sozusagen, ich sage jetzt einmal blöd, die Herrschaft übernimmt und uns eigentlich völlig ersetzt, wenn es um dieses Denken geht. Der Begriff Singularity steht da im Raum. Was muss man sich da vorstellen? Singularity bezeichnet eine Intelligenzexplosion. Also der Computer und die Systeme sind ja nicht physisch beschränkt, etwa in einem Schädel, sondern die können wachsen. Und das Problem ist, oder die Herausforderung ist, wir wissen nicht wirklich, was in dieser Blackbox passiert. Also das Beispiel, ein System wurde beauftragt, übersetzt doch eine Sprache in die andere. Und der Computer hat quasi kreativ eine dritte Sprache entwickelt, weil er gesagt hat, die es gar nicht gibt, die ist neu, weil er gesagt hat, das ist die optimale Methode, um das zu lernen. Und diese Mustererkennung und diese Lernsysteme im Bereich Deep Learning, übrigens mit neuronalen Netzen, die letzten Jahre, sind sehr mächtig. Und dann müssen wir dafür Begleitmaßnahmen entwickeln, Ethikkommissionen implementieren in allen Regierungen, um richtig zu beraten, dass wir nicht sozusagen überrannt werden? Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir überfordern die Developer massiv, sie mit essentiellen Fragen der künstlichen Intelligenz allein zu lassen. Wir brauchen eigentlich einen gesamten gesellschaftlichen Diskurs. Was wollen wir mit etwas, das so intelligent ist wie wir? Weil das hat es evolutionär noch nicht gegeben. Sehr spannend. Wirklich neu denken. Danke dir. Ich danke.